Los, bewegt deinen Arsch, er fährt gleich. Da war eine Riesenschlange. Hier, dein Ticket. Dein Gepäck ist ja noch gar nicht drin. Nein. Komm, ich nimm das. Los, der geht unten rein. Ist ja gut, ist ja gut, du Spießer. Entschuldigung, dieser Bus fährt nach Athen. Ja, ja, ich weiß, ja. Das ist ein Ticket nach Amsterdam. Das ist ein Ticket nach Amsterdam? So was, dann ist das wohl der falsche Bus, oder? Sehr witzig, du gibst mir jetzt sofort mein Ticket. Aber das hast du doch. Tut mir leid, aber ich muss jetzt fahren. Bitte, bitte warten Sie auf mich. Zwei Minuten, bitte. Ich laufe nur schnell mein Ticket umtauschen. Nur zwei Minuten. Das wirst du bereuen, Sportsfreund. Ich komme gleich. Zwei Minuten. Danke. Los, fahren Sie, fahren Sie, fahren Sie. Los, ich, die hatten keinen, ich kenne sie gar nicht. Los, jetzt, los. Hey. Hey. Nein. 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 Ich bring dich auf. Schreck dich nicht auf. In fünf Tagen geht der Nächste. Wieso Arschloch? Wieso Arschloch? Da, ich schmeiß dir sogar dein Kram raus. Ich frage dich nicht auf. Ich frage dich aus. Und da, ich frage dich nicht auf.